Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zum Brick-Turnier zu den Brick-Meisterschaften 2014 sponsored by Coca-Cola. Wir spielen Knifeball von Kaelin FC Kondo-Haft gegen Real Osterei. Spielt es auch direkt los. Nahkampf only. So sieht es aus im Schneckenhaus. Die Spieler weisen noch in ihrer Aktionsleiste die Taktiken und Strategien zu. Und die Strategien und sowohl die Strategien als auch die Strategien, alles weisen sie hier zu. Alle sind dabei. So, selbst Lord Voldemort hat Kurz-Auszeit von Harry Potter bekommen. Und in wenigen Augenblicken der Anpfiff. Meine Damen und Herren, lehnen Sie sich zurück. Popcorn steht bereit. Genießen Sie die folgenden 90 Minuten. Und da hat der Erste gleich direkt, der Schilling hat die Flagge genommen. So, jetzt läuft er über links. Er sprintet los, er sprintet los und sprintet und hat die Warpys an. Und da, da ist das Ding. Da ist das 1 zu 0. Da ist das Ding. Sehr schön. FC Kondo-Haft hat den Siegel. Einen kleinen Schritt vorangetrieben. Ja, da gibt es noch ein paar Streitigkeiten unter den Spielern. Das sieht man auf jeden Fall, ganz klar. Die wissen ja nicht so recht. Was ist da los? Da hat der Schilling schon wieder sofort den Ball und er stürmt nach vorne. Ein Pass zu Lord Voldemort. Doch der nimmt nicht an und dann direkt am Tormann vorbei. Und das 2 zu 0. Da kann man schon fast glauben, dass der Schiri am Schlafen ist. Was ist denn da los? Mit dem Schiedsrichter. Gegenfrage. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn los mit dir? Ja, das wissen die Spiele nicht so genau. Warum sie die Warpys nicht anschmeißen, das weiß niemand so genau. Oh, der Tormann steht bereit. Tormann, klar, passt er mit der Nummer 1? Ui, da ist das 3 zu 0. Oh, da hat der Schilling gar nicht die Flagge. Der Schilling dachte, er hat die Flagge. Nein, verdammt, ich dachte ernsthaft, ich habe die Flagge. So, der läuft in die falsche Richtung. Und da gibt es eine Schlägerei, da gibt es eine Schlägerei. Rote Karte, er sieht es nicht. Der Schiri kämpft selbst gerade mit dem Hammer. Und da ist das 3 zu 0. Da ist das 3 zu 0. Das gibt die erste Verwarnung. Die erste Verwarnung für der Johnny. Denn sobald mal gepfiffen wird, das soll man ja nicht machen. Nein, ich konnte mich nur so düster erinnern, dass mal der Kalen hat da so gerne diese Knifeball-Runden gespielt. Und immer Nahkampf mit Flagge. Und ich dachte mir, ja, jetzt so als kleiner Gag, warum nicht? Ist irgendwie ganz witzig. Aber kann es sein, dass ich der Einzige bin, der ernsthaft spielt? Es kann ja nicht sein, dass ich immer zufällig beim Spawn bin, wo ich am nächsten an der Flagge dran bin. Hier, Tobias. Hallo, ihr müsst alle nur zweimal drücken zum Sprinten. Was ist denn da los mit euch? Was ist denn? Ui, da hat er ihm den Ball abgenommen. Das waren zu viele. Das war ein 3 gegen 1. Das ist kein sauberes Spiel. Der Ballbesitz wird hier eben kurz eingeblendet. Nein, wird er nicht. Der liegt momentan bei 70% für FC Condorhaft gegen 30% für Real Osterei. Aber die schenken sich hier wirklich nichts. Wie war das in diesem Pokémon Stadium? Oh, das habe ich des Todes gesuchtet. Wie hat er immer gesagt? Die Kontrahenten schenken sich wirklich nichts. Uh, dieser Angriff war nicht sehr effektiv. So, up. Ah, jetzt schafft er es immer, der Johnny. Aber das, das lassen wir nicht zu. Das lassen wir nicht zu. Schön den Ball abgenommen. So, jetzt heißt es verteidigen. Jetzt heißt es verteidigen. Uh, mit dem It's Hammyo, 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 Hammyo. Aber, oh, der Tormann, der Tormann, der bleibt. Der Tormann ist... Nein, wie könnt ihr das zulassen? Und da... Ui, Lord Voldemort hat seine großen Mächte verwendet, um hier... Uh, aber ist das nicht schummeln, wenn Lord Voldemort hier seine Zauber auspackt? Hallo? Ich komme da nicht dran an den. Ich komme da einfach nicht dran. Jetzt gibt es sogar Schlägereien im eigenen Team. Das eigene Team ist sich nicht einig, wer hier der Teamkapitän sein soll. Warum rauchen deine... Was? Warum rauchen deine Füße? Reese? Verrätst du mir das? Ich habe keine Ahnung. Seine Füße rauchen. Rauchen ist ungesund. Haltet ihn auf. Nein! Hallo, Wobbis, wann sind die zu Ende? Oh, das war nicht schön. Oh, das 6 zu 1. Da war das 6 zu 1. Das könnte fast 11 Meter geben. Das hätte einen 11er geben müssen, aber... Ja, war vielleicht sogar abseits. Die Kamera leider irgendwie... Ja, die Zuseher. Ich muss sagen, eines hat er vergessen. Ja, setzt ihr denn immer Warpies ein, oder wie macht ihr das? Ich stürme jetzt nicht mal direkt vor. Double Kill. Oh, was ist denn jetzt los? So, ich... Ach, ich habe die Flagge. Ich habe das Ding. So, jetzt trickst du ihn aus. Er geht über rechts. Hier ist frei. Uh, so viel Platz dürfen sie ihm nicht lassen. Die Tormänner sind nun sogar schon zu zweit. Und Achtung, Achtung. Uah, ja, da geht er einfach durch. Da geht er einfach durch. Jetzt noch die... Moment, wie heißt diese neue Technologie, die jetzt von der FIFA angewandt wird, dass man am Ende noch ganz genau wie bei so Spezialfällen, bei dem Deutschland-Match war das, glaube ich, dass man sieht, ob der... Ah, ich versemmel das am Anfang immer. Ob man sieht, dass der Ball wirklich hinter dem Netz war oder nicht. Diese... Wie heißt diese Technologie? Keine Ahnung. Erwähnen sie fünfmal pro Match und ich habe es mir nicht gemerkt. Was ja irrsinnig teuer sein soll. So. Oh, sehr schön hat er das gemacht. Sehr schön hat er das gemacht. So, jetzt heißt es verteidigen. Er will Liebe versprühen mit seiner Rose. Im Namen der Rose. Oh, was? Doppelkill? Hier wird gemobbt. Hier wird ja so richtig gemobbt. So, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Aber der Schlaf, der... Niemand geht auf ihn. Die gehen alle auf den Teamkapitän. Aber der lässt sich das nicht gefallen. Kopfnuss. Oh, das war auch eine legendäre Aktion. Oh, da gab es so geniale GIFs und Memes. Oh, ja. Das war... Wie hieß das nochmal? Die haben so extra einen Namen dafür erfunden. Oh, ich weiß es jetzt nicht mehr. Ja, keine Ahnung. So, muss ich auch mal ein Tor schießen. Oh, da ist das. 9 zu 1. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Ein 9 zu 1. Oh, da farmt man aber schön seine KD. Das ist krass. Aber ich will gar nicht so viele Leute umnieten. Ich will einfach nur... The Bowl. Eat the Bowl. So, oh, jetzt aber... Das ist immer so knapp am Ende. Also am Anfang, nicht am Ende. Nein, haltet ihn auf! Oh. Für 4 Millionen ist der erst neulich gewechselt, der Johnny. Von FC Kondorhaft zu Real Osterei. Ich weiß nicht, warum dieser Wechsel, aber er hat es getan. Okay, dann wieder mit Warpies. Da verplempert man am Anfang keine Zeit. So, und jetzt hab ich ihn. Bam! Den Wall und... Aua. Aua. Nein! Da haben sie sie. Oh, da haben sie sie. Der kommt nicht durch. Äh, da kommst du nicht rein. Äh, du kommst da nicht rein. Du kommst da nicht rein, sagte ich. Hast du keine Ohren im Kopf? Wo hast du deine Ohren? Ähm, das ist falsch. Das ist falsch. Da macht er ein... Äh, was machst du? Marcello-Style, oder was? Falsches Tor. Falsches Tor, sagt ihm das doch. Oh, er hat mich im Visier. Er hat mich im Visier. Bam! Aua. Der hat gesessen. Der hat gesessen. Man merkt auf jeden Fall, ich muss es sagen, ich weiß, viele so... Oh, der Spielzeughammer war so genial immer. Aber es gibt schon so krasse Nahkampfwaffen, die sogar besser sind als manchmal, wenn man eine Hauptwaffe hat, wenn man direkt vor... Das ist mal genial. So, komm her. Ich duck mich. Oh. Nein, da hat... Oh, da haben sie nicht aufgepasst, die Verteidiger. Die Verteidiger von FC Kondorhaft haben nicht aufgepasst. So, aber noch geregelt von Schilling. Noch geregelt von Schilling. Uh, ich ducke mich. Ich ducke mich. Grätsche. Ich grätsche hinein. Da geht er auch auf die Knie. Oh mein Gott, wie das aussieht. Oh Mann. So, ihr Headbutt, oder? War das nicht der Headbutt, diese Aktion? Ich glaube Headbutt. Headbutt, yo. Uh. So. Genau, was habe ich vorhin gesagt? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Uh, Tormann. Stress mit dem Tor. Ach so, ich hatte die Flagge. Sorry, ich wusste das nicht. Ich habe das nicht gerafft, dass ich die Flagge habe. Habe ich... Genau das wollte ich sagen. Wegen... Oha, was war das gerade? Gruppenkuscheln. Wegen dem Spielzeughammer. Es tut mir echt leid. Der ist... Ich liebe ihn vom Style her und so. Ich habe, ich habe, ich habe. Oder so. Aber... Oh. Komm, komm, komm. Von unten in die Weichteile. Bam, in die Weichteile. Oder so. Aber... Diese anderen ganzen Waffen, die sind einfach tausendmal besser. Also so richtig viel... Uh. Was ist denn da jetzt los mit dem Königszepter? Sehr schön geregelt von XD Smile. Hat der gut gemacht. Hier, das ist der Hammer. Der ist von ihm nicht aufgewertet, also nicht ganz. Aber trotzdem. Uh. Aber trotzdem, aber trotzdem. Selbst aufgewertet. Kann der nicht mithalten mit diesen ganzen anderen Sachen? Seien es jetzt die ganzen Season 3, dann die neuen, dann Sachen wie die seltenen, die man aber schon permanent kaufen konnte, wie Universalfernbedienung. Oh. Ich habe die Flagge. Ist denn das so ja ernst? So, jetzt werde ich mal versuchen, wie lange kann ich herumstürmen? Uh. Ohne, dass der Schiri abpfeift, weil ich den Ball nicht abgebe. So. Eigentor. Eigentor. Ohne Goal. Für Clash-Paste wurde ein Kick-Vote wegen Hacker-Tools. Ja, ist bestimmt ein Hacker. Es ist bestimmt ein Hacker unter uns. Eine fiese Hacker ist unter uns. Ich habe so das Gefühl, dass der nur auf mich gehen möchte. Oder bilde ich mir das ein? Wahrscheinlich bilde ich mir das ein. Jo, wahrscheinlich, oder? Geht der nur auf mich. So, danke für die Hilfe. Special thanks for the Hilfe. Stimmt natürlich auch keiner zu. Warum denn auch? Das waren schon... Das war schon alles? Das war schon alles? Ja, schön. Das heißt, wir sind ins Halbfinale aufgestiegen. Real Oster ist leider, musste leider absteigen. Aber gut. So ist das Leben. So ist das Leben ein bisschen. Und dann würde ich sagen, geht es einfach beim Brick-Tastisch beim nächsten Mal weiter. Das hätte ich fast das wichtige Wort vergessen. Geht in Deckung! Geht in Deckung!